Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute starten wir auch schon mit dem monatlichen giveaway Oktober und zwar hätte ich da eigentlich andere Preise gedacht aber nachdem die Nachfrage so groß war nach Redlines habe ich mich dann auch entschieden und hier drei Redlines ausgesucht. Es sind alle drei Feed testet, es sind momentan Marktpreis 6,50€ und ja so es geht wieder mit drei Gewinner und zwar wird es wieder so gewaffelt um teilzunehmen müsst ihr ein Abonnent meines Kanals sein, ihr müsst dieses Video hier positiv bewerten und ihr dürft wieder Spammen, also Kommentare Spammen, desto mehr Kommentare ihr hier unter diesem Video schreibt desto höher ist eure Gewinnchance, einen von den dreien Akaro Redlines zu gewinnen. und ja gut das war's dann eigentlich auch schon wieder, also es ist ziemlich einfach, aber also Abonnent meines Kanals sein, Video positiv bewerten und Kommentare schreiben. Wie gesagt, desto mehr Kommentare ihr darunter schreibt bzw. spammt, desto höher ist eure Gewinnchance. Das Gear wie wir selber läuft bis zum 25. Oktober, also da wird dann die Auflösung kommen, da werde ich dann drei Leute von euch rauswaffeln und ja dann wünsche ich euch nur viel Glück und viel Spaß und Motivation bei den Kommentaren. Dann sage ich auch Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.